Ein großes Dankeschön an alle, die die Petition bereits unterzeichnet haben. Wir sind jetzt schon über 75.000, ein großartiges Ergebnis. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam die 100.000 auch noch schaffen können. Deshalb, teilt die Petition noch einmal fleißig mit Freunden, Familie und allen, die ihr sonst noch kennt, dann schaffen wir dieses Ziel auch noch und erhöhen den Druck noch einmal ganz gewaltig. Vielen Dank an euch alle!